Und damit herzlich willkommen zurück bei Resident Evil. Ja der Ton ist in den letzten Folgen etwas abgekackt, da mir Obi jetzt ein paar Probleme gemacht hat. Jetzt ist der Ton noch mal ein bisschen besser. Ich bin ein bisschen dichter an den Mikroton. Ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter. Ich hoffe, ich finde noch alles, weil ich habe mir gerade eine neue Session. Beziehungsweise mehr oder weniger vor der Arbeit. Ja, doch auch, ja. So, nein. Ja, 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 ja. So, hier machen wir noch nicht. Ich erinnere mich. So, was haben wir denn hier? Das sollte Moment mal. Mach doch mal auf. Mach doch mal auf. Mach doch mal auf. Mach doch mal ein. Ne, da, ein. Geh. Und dann alles weg. Einstellen sie doch mal für die, die es interessiert. Ich wollte das Lesen nicht in den tragbaren Tresonen. Ja, ich weiß. Ja, ist ja hier. Ich hatte ja schon mal ein bisschen gespielt. Deswegen weiß ich. Ich habe mir ja schon letztes Mal was zurechtgelegt. Deswegen weiß ich noch so ein paar Dinge. Aber wie gesagt, aus der Polizeinstruktion war ich noch nicht raus. Aber wie gesagt, ein paar Dinge konnte ich mir mehr gerufen. Ja, das bin doch. Mensch. Das habe ich vollkommen vergessen, du blöder Pana, ey. Halleluja. Ein Grotter habe ich mir gemerkt. Ich weiß aber nicht, ob das der war. Also wie gesagt, ich war noch weder am Keller noch war ich sonst irgendwo anders. Und dann wird das ja nicht. Das ist nämlich ganz einfach. Man muss einfach die Tonspur hier abgeben. Ja, ne? Ja, ne? Ja. Ne? Geht immer weiter. Und jetzt gucken wir mal, hier war das. Da. 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 Hat sich das geendet oder was? Ah, aber das ist schon mal richtig. Moment. Da. Alles klar, hat sich geendet. Dann vergessen wir das mal. Dann machen wir das jetzt mal eben schnell. So. Und zwar. Da müssen wir es halt nochmal aufschreiben. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja auch nicht so schwer. Da. Also. Der. Der. Ähm. Nein, der nicht. Der. 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 Und da. Und den. Der ist auch falsch. Der. 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 Auch falsch. Der. Der. Nein. Oh ja. Nicht so schnell. Der. 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 Die Möglichkeit gibt es ja nicht, denn. Ah, siehst du wohl. Ne. Hier. Da. Hier. 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 Oben. Ah. Das gibt es ja nicht für die Möglichkeit, ne? Also. Hier. Ah, fertig. Ein japanisches Spiel hier. Oh, schön. Geh doch weiter. Also, wir müssen essen. Oh, nein. Man muss tot sein. Sei doch, Mom, jetzt. Oh, interessiert mich nicht. Blöder Haffey. Ja, ja, ja. Hier könnt ihr einkommen. Ich guck mich jetzt. Ähm, so. So. Den benutzen wir mal und packen ihn auf die 2. Wir bräuchten zwar 203 für die Tasche. Aber wir nehmen erstmal das andere. Denn wir brauchen... 101. 103 können wir nicht. Ist auch egal. Also, 102, 106, 109. 206, 109. So. So. Ja. Ja. 106. Vielleicht jetzt mal zurück und die Dings ablegen. Und... 109 war das, ne? Und dann war's auf der anderen Seite noch. Ich muss jetzt 203 können wir nicht öffnen. Ja. 208. Da hinten noch 2. Nein. Aber wir brauchen eine Karte. 208. 208. Zack. Passt. So. Das brauchen wir noch nicht. Den können wir noch nicht. Gott. Ach ja. Der Film, der Film. Ich erinnere mich. Ähm. Gut. Auch mitnehmen. Sind wir gut. Nachgeladen haben wir. 6. Und dann müssen wir leider jetzt mal zurückgehen. Wie weh? Werde hochgegangen? Leute. Ja. Eigentlich ist es mir auch ruhig. Jetzt müssen wir hier hin. Was nicht nachlegen. Erinnerungsfoto. Okay. Okay. Ach ja. Nein. Genau. Vergesst nicht. Buch zu überlegen. Und das Buch müssen wir, glaub ich, sammeln. Ich weiß nicht mehr wo genau. Aber erstmal hier den Rumpel reintun. Der kommt. Nein. Kommt weg. Gott kommt weg. Die Planker kommt weg. Messer nehmen wir mal die Sicherheitshalber mit. Weichern wir mal eben. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Du bist das. Ja, hallo. Oh, genau. Leg dich mal hin. Mein kaltes ist ja nicht. So. Muni. Immer mitnimm. Hier. Aber ja nicht mehr Cap, oder? Ja. Hier. Öp. Öp. Wie geht das für uns an? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Öp. Nachher steht auf. Ja, so dann machen wir. Damit kann man natürlich... Nein, eh, hallo! Der ist frei! Sehr schön. Nichts! Alles klar. Alles klar, ja, nö. Nur noch eine Planke, die brauchen wir nicht unbedingt. Das brauchen wir nicht mehr mit. Ja, die Puppe ist so gruselig, Alter. Kranneweiz-Clown hier. Da habe ich ganz kurz Felschrein gekriegt. Money. Eine Patrone war das. Alles klar, wir lassen eine Patrone belegen, Mann. Da können wir noch nichts machen. Auch ein Messer. Nicht so, ne? Ah, so, wegen den Zündern. Klar. Annehmen wir Notizen? Diese Konzernwechser haben mir den Geld anabgedreht. Und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn ich unbedingt sein muss, werde ich mir doch eigentlich gleich etwas Spaß gönnen. Wenn die Welt den Backmutter geht, ich habe die Dreckschweine in einem mit C4-Präparierten Stahlfett versprengt. Stahlfett. Und ich muss ihn nur noch zünden. Dann war es das mit denen. Ja. Aber wenn es zu schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesen... Entschuldigung. Mit diesem einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen spielen. Ja. Vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sage ihm, hüte deinen Nachbarn dann für schon nicht den Rest. Was er dann wohl macht? Oh. Du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz. Aber wie erfährst du dich... Du dich bitte mir, den Vorgesetzten schon widersetzt? Ja. Du warst so ein guter Bulle. So gut, dass du sterben musstest. Mann. Bringt das Spaß. Na nochmal Sieg. Wundervoll. Oh ja. Geil. Tasche kann man natürlich immer gebrauchen. Und da kommen wir ja anscheinend nicht. Das ist glaube ich die letzte Scheibe, wie das aussieht, oder? Würde ich jetzt mal vermuten, weil sonst... Okay. Ja gut. Und dann haben wir hier eine Bücherei. Eine Bücherei. Okay. Und dann haben wir hier eine Bücherei. Quer. Marvin hier. Wie schnell kannst du herkommen? Warum? Was ist... Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Okay. Bin auf dem Weg. Dass man sich da nicht raufkommt und da rüberschränken kann. Ich will uns ehrlich. Ich will mich nicht. Alter. Ach, leck mich doch. Ach, schluss. Hallo. Moin. Das fertig ist immer her. Ja, fertig. Wo ist die Scheiß-Tür? Da ist die Scheiß-Tür. Komm her. Ja, da kommt mit euch. Äh, hier. Äh, benutzen. Komm, 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 komm. Machen da! Wir könnten auch ruhig drinbleiben, Leute. Das ist egal. So viel. Die wollen die nämlich immer gern mit. Ich könnte das jetzt auch angezeigt. Ich glaube schon, ne? Oder hat sie das schon vorher angehabt? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Da lag noch was, ich weiß. Warte mal, kann ich mir das vielleicht gerade mal angucken. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, Marvin, ich habe es leider nicht geschafft. Alter, vielleicht kann ich mir das mal ganz kurz angucken. Alter. Alter, mein. Alter. Ja, 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 ich bin auf dem Weg. Und jetzt, wenn wir mindestens hier durchraschen. Äh. Ach, habe ich alles schon, alles klar? Okay. Ach, ich habe auch nicht mehr. Und ja. Tasche müsste ich, ne, Tasche liegt oben. Du, schrei mal nicht so. Das scheint ganz so schnell zu sein, ne? Ach, jetzt. Okay. Das ist, äh, nicht normal, was wir dir annehmen. Das mit, das mit. Äh, noch ohne. Vielleicht kommen wir jetzt ja dazu, das zu lesen. Und nicht das. Hm. Was ist da? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Okay, bin auf dem Weg. Ach, natürlich. Ich starte direkt hier. Ach, komm. Ah, ja, können wir nicht mal. Ich will es jetzt mal lesen. Lass mich jetzt mal lesen, hier. Mehr fahrt was. Kann ich mal ganz kurz lesen? Danke. Au, ein Buch. Ach, das ist doch das Buch, was wir da... Ja, sehr schön. Das wird wir sowieso nicht. Nicht nervös werden. Nicht nervös werden. Durch da, durch da. Oh, Alter. Nächstens kommen die hier nicht durch. So, jetzt kann ich mich wieder beruhigen. Also. Das Ding haben wir schon genommen. Ne, ganz kurz gucken. Sonst müssten wir, glaub ich, oben lang, ne? Wenn er jetzt nicht... Okay, ich bin mal weg. Da bist du ja. Komm her. Was ist los? Siehst du das? Oh mein Gott, er lebt noch. Du kennst ihn? Ja, das ist Liam. Äh, ich kenne die oder so. Ach. Der Neue kam mir gleich bekannt vor. Du kommst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. Okay. Danke, bin unterwegs. Das Ding ist freundlich. Okay, Marvin. Bis gleich. Ja, gut. Bei den Schmerzen. Da hat man keine Zeit, freundlich zu sein. Du, ähm, Schießpulver, ja. Ich komm jetzt mal. Danke, ich komm jetzt mal. Das Puck müssen wir mitnehmen. Messer. Ich kann sagen, wo habe ich das Messer her? Aber das haben wir ja... Nein, nicht. Jetzt. Ja. Weiter geht's. Go, go, go. So, wo kommen wir denn da hin, bitte? Nach dem Schlüssel. War da unten, war da noch richtig mit dem Symbol. Ich erinnere mich. Läuft ja wirklich jeder Einzelne. Können wir auch werden. Ja. So, benutzen. Bist du mal auf hier? Ach, das ist Polizeistationen-Ding rum. Hier noch was? Wie ist das jetzt nicht genau? Ich glaube nicht. Doch. Doch, eins war noch da. Eins war noch und zwar. Der ist safe. Der ist safe. Den habe ich nämlich ja schon geöffnet mal gehabt. Und das war... So, links... Neun. Rechts 15. Sein ist, dass sich jetzt auch geändert hat. Kann ja sein. Ja, das war wieder falsch. Och, leck mich doch, Mann. Mach. Mal. Nochmal. Komm. Nochmal. Links neun. Eins, 15. Links sieben. Keine Ahnung. Tschüss, Marvin. Alles gut. Noch nicht. Na gut. Dann geht's mal weiter, wa?